Ist Seehofer absolutistisch? Absolutistisch? Nein, das kann er natürlich nicht sein. Das hat sich ja gezeigt, als er einen anderen Spitzenkandidaten für die Europawahl haben wollte und Markus Ferber erklärt hat, ich trete an. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn der Herr Seehofer jemand anderen vorgeschlagen hätte, dann hätte ich mich gemeldet und hätte Markus Ferber vorgeschlagen. Also absolutistisch ist er ganz sicher nicht. Spielt er den Franz Josef Strauß ab und zu? Ja, Franz Josef Strauß wird von vielen imitiert und nur ganz selten von jemandem vollkommen nachgemacht. Und insofern wäre es, glaube ich, immer gut zu sagen, das waren die Schuhe von Franz Josef Strauß und das war der Anzug von Franz Josef Strauß. Ich habe meine eigenen Schuhe und meinen eigenen Anzug. Ich versuche nicht in die Schuhe und nicht in den Anzug zu schlippen. Und wie würden Sie jetzt mal die Schuhe von Horst Seehofer beschreiben? Anders. Hausschuhe? Anders. Nein, nein, nein. Auch nicht Filzpantoffeln. Nein, nein, das sind schon ordentlich genagelte Schuhe, mit denen er umgehen kann. Er hat ja auch früher viel in den bayerischen Berg und in Südtirol gewandert. Also das kann er schon. Ist die CSU dem Seehofer bedingungslos ausgeliefert? Nein, das sind Sie ganz sicher nicht. Entschuldigung, ich war Herr Strauß auch nicht ausgeliefert, obwohl er ein großer Mann war und ich war ein kleiner Landesgruppenvorsitzender. Nein. Aber heute, jetzt? Dazu gehört Schneid, dazu gehört Selbstbewusstsein und da muss man mal in dem Gremium sagen, Herr Parteivorsitzender oder Herr Ministerpräsident, ich bin völlig anderer Meinung als du. Sind da Typen dabei, die das können? Ja. Wer zum Beispiel? Ich sage nochmal, das ist zum Beispiel der Markus Ferwer, das ist der Manfred Weber, das ist der Guttenberg, der das tadellos kann, das ist auch Ramsauer, aber das dürfen Sie ruhig, selbstbewusst tun. Mhm.